Herzlich Willkommen zu einer neuen Let's Play Together Folge von Call of Duty 5 Bold at War. Diesmal spielen wieder der Manu und ich, der Patrick. Und die letzte Mission lief ja richtig gut, hat richtig Spaß gemacht. Viele Abschlüsse und deswegen im Räumungsbefehl geht es jetzt weiter. Ja, Räumungsbefehl. Das heißt, die Deutschen dürfen ihre Sachen packen und Berlin verlassen. Aber so wie wir die kennen, machen sie das natürlich nicht. Ja, und jetzt kommen die Möbelpacker und nehmen mit, was sie können. Die Möbelpacker. Die Russensprechenden. Ja. Ist irgendwie so ein bisschen realistisch gemacht, wa? Ja, ja. Ja, ja. Ey, du woll'n nicht gehen, ich helf' dir gehen. Hallo, Juri und ich wollen Geld holen. Sie haben ihn bestellt. So. Also. Ich brauch' als allererstes in der Mission ne Karg. Also ganz, ganz dringend. Mit? Ich hab' aber noch mal ein bisschen rumgeballert. Möte, liegt da irgendwo was rum? Ne, hier liegt nix rum. Die muss schon den Kicken abnehmen. Ja, die Deutschen haben sich hier gründlich zurückgezogen. Würde ich sagen. So. Das ist die Sequenz. Oh. Musik? Nein? Ich hör' nicht. Ich hör' nur bum 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 bum. Schande. Ja. Gute Berlin. Hier geht's lang! Naja. Dann kam die vielleicht erst später auf der Straße. Ja, genau. Die kam erst auf der Straße, diese Musik. Ah, okay. Oder nachher, wenn wir nochmal auf so nem Dach stehen. Ich weiß es gar nicht. Dann bin ich mal gespannt. So. Also hier geht's los jetzt, glaube ich, soweit ich weiß. Und zwar rechts. Rechts. Ja. Sache rechts. Ja, da sind sie, Koko. Die PPSH, ja, dieses kranke Ding. Da brauchst du gerade ne Granate werden, oder? Ja. Das kommt davon. Also hier liegen auch die Sturmgewehre rum, ne? Und ne Kargarten. Ah, krass, die wollte ich mir gerade aufhören. Sorry. Ja, ne, da liegt noch ein. Nein. Jetzt hab ich selber. Scheiße, ich hab nicht gedacht, wenn die Emotionen dann die ganze Knarre einsammelt. Ja, ja doch. So, 30 Schuss für die Karg passt. Das... Au. Alter und fick dich. So. Also wie schon gesagt, ich darf hier auch gerne mal äh... Worte benutzen, die, äh, so jetzt nicht so toll sind. Ähm, weil das Spiel erst, äh... Ich weiß nicht, ob ab 16 oder ab 18 frei. Äh, ab... Keine USK-Vorgabe. Echt? Also beim Packer steht zumindest auf keine Jungvergabe. Also ab 18. Ja. Ja. So hat es mir jetzt auch gedacht, ja. Aber das muss ja YouTube-Signal letztendlich bestimmen. Ja, aber ich mein, äh, hier nochmal die Aufforderung an alle Zuschauer unter 18, bitte ausschalten. Hehehe. Das ist, das ist gut, wenn das erst in Folge so und so kommt, ne? Ja, ja. Und wir schon tausend Leute gekillt haben. Ja. Ähm. Ein bisschen viel Feuergefächt hier. Ja. Jetzt übel. Die PPSH ist so krass. Ey, wie kommt man, wie kommt man, da muss man echt Russe sein für, um so ne, um so ne Kanone zu machen. Nein, ich sterbe nicht schon wieder. Äh, der Part hier war heftig. Weil hier stehen sie jetzt auch mit Panzerfäusten, aber mir musst du aufpassen. Au. Au. Ich bin wohl voll getroffen. Au. Scheiß, ich bin auch da. Da kommst du zur Hilfe und kratzt auch noch ab. Äh, da kriegst du direkt die Granate ins Gesicht reingeschossen. Sag mal, kommt mir das nur so vor, oder ist... Oh, fuck. Das ging schon wieder voll in die Fresse. Oder ist? Ähm. Ich find das, das Kommentieren bei dem Spiel viel einfacher als, ähm, bei irgendwas anderem bisher. Ja, das ist eigentlich auch. Es war auch da, dass wir relativ simpel gehalten sind, aber auch das, ähm, das, ähm, das, ähm, ja, manchmal einfach mit mir mit Herz und Seele dabei sein können. Äh. Stumpf, einfach geht in die Fresse. Ja, wenn der sich noch mal raus, ich hab ihn im Visier, wenn der sich noch mal raus bewegt, dann erledigen mich. Erledige ich ihn. So, als haben wir es. Ah, da haben wir noch einen. Oh, fuck, den hab ich nicht erwischt. Granate. Wow. Alter. Hier, dann kriegst du wieder. Geschenk von der Roten Armee. Ich glaub, die leben in Dankung ab. Meinst du? Bestimmt. Ja, aber es ist Schenk. Ja, die haben sich auch geschenkt. Boah. Hast du die gerade versteckt, Junge? Ja, hat er. Er will nicht sterben. Pass auf, deine linke Seite. Ah, ja. Hast du den Panzerschreck? Nee. Hast du den Panzerschreck? Hast du die geile Leute in den Panzerschreck einen reinkloppen, ne? Nee, find ich eigentlich eher nervig. Ja, bestimmt. Lange Nachteile ist halt, und viel Schaden macht's eigentlich auch nicht. Erstmal Granate. Ja, ist immer gut. So, Schluss mit lustig hier. Schluss mit deinem rumgeballer. Der Hitler-Säge. Jetzt geht's langsam los mit der Musik. Hörst du es? Ja. Im Hintergrund? Jetzt wird's gleich richtig epochal. Sobald du auf die Straße kommst, geht das los. Das ist so geil. Ach, gib ihr den Mund. Ja, ja. Das war die Scharfschützen-Mission. Achtung, beweg dich zurück. Geh mal in die Küche. Mach das. Bring mir mal einen Schnitzel mit. Ja, ich glaub hier ist eine kalte Platte. Oh, hier ist eine kalte Platte. Das ist so geil. Du hast echt Sinn für Humor, Junge. Ja, das freut mich noch. Ah, geil. Ich hab schon wieder so einen Spaß. Ja, das freut mich noch. Ach, ich krieg schon ganz wässrige Augen. Das wird jetzt so geil. Ja, jetzt geht's los. Es wird immer lauter, immer lauter. Und los geht's. Oh ja, das ist sehr geil, ja. Jetzt geht der Sound los. Kein bisschen patriotisch. Nee, überhaupt nicht. Absolut neutral, würde ich sagen. Ja, ja. Der wie Altium-Carrich rausgebrochen kommt, um zu sterben. Ich muss ja auch gerne sagen, alles explodiert über die Panzer, die Raketen und so. Mhm. Jetzt wäre ich grad so ein bisschen auf die Köpfe eingeschossen. Wie so aussehen. Finde ich immer gut. Volltreffer geben nämlich viele Punkte. Gib mir hier mit. Ja, ich finde es schade, dass es nicht so viele Shooter mit, äh, auf dem Niveau hier mit, äh, Koop gibt. Finde ich echt schade. Eigentlich recht. Okay, von sowas müsste auf einer Konsole spielen. Ja, es geht gar nicht. Also da würde ich... Da würde ich, glaube ich, echt einen Anfall kriegen. Da würde ich echt einen Anfall kriegen. Ich habe das echt mal probiert, aber ich kann mich einfach nicht mit der Steuerung anfreunden. Ja, ich habe es früher mal mit, äh, Dings probiert. Äh, was waren das? Das allererste, ähm, Medal of Honor. Oh, ja, was ist das? Äh, nicht Pacific Assault, äh, Armored Assault, glaube ich. Armored Assault, äh. Und das Boyle und Krawombs. Ah, schon, ist schon geil, wie sich die Musik langsam immer mehr aufbaut, bis, bis du dann auf die Straße kommst und es da dann endgültig abgeht. Ey, krass, ich habe nur drei, äh, Kills mehr als du. Mal reingehen, bevor ihr erst zusammenstürzt. Ah. Oh, voll die Scheiß, krass ihn nicht immer zusammen. Mal drücken mal schneller auf, Tschernoff. Mann, Gott, du kannst am nächsten, Junge. Geh nach Hause, noch mal Messer in den Rücken stecken. Hier, das fickte ich. Oh, Mann, der arme Kerle. Da kann ich nix, oder? Früher Fall von Mobbing hier. Man muss es auch nicht. Geht ab. Wenn du Ruckel kann man nicht vernünftig schießen, ja. Ruckel? Ja, durch die ganze Explosion. Ach so. Ich dachte schon, wenn du Ruckels. Nee, Ruckel nicht, ja. Lauf butterweich. Geschmeidig wie ein Kätzchen. Geschmeidig wie deutsche Offensive. Ja, ja, bis du irgendwann uns stoppen, würde ich. Nee, so kurz vor Moskau. Ja, ganz kurz noch. Schon, ne? M.G. ist aus. Ja, links noch nicht. Bist du rechts oder links? Ja, ich bin bei dir. Ich weiß nicht, wo du bist. Links. Ja, ich weiß. Nee, aber ich muss mich gerade hier aufs Geballer konzentrieren. Na, dann wollen wir mal wieder einen Kopfschuss und... Ach, scheiße. Und wieder einen Kopfschuss. Kurz mal den da drüben. Ein bisschen helfen. Da musst du aufpassen, ne? Na, da macht's keinen Spaß, sich da durchzukämpfen. Kopfschuss. Kopfschuss. Sorry, ich bin manchmal ein bisschen schnell im Schießen. Ja, kein Problem. Ich bin doch nicht sterben. Ach, verdammt. Oh, jetzt muss ich nachladen, das war so klar. Nein! Nein, du bist gestorben! Nein, du bist gestorben! Fuck it, ich hab sie gerade zurückgeworfen. Ich glaube, mein Charakter hat sie gerade aufgehoben. Gehen wir wieder nach links rüber? Ja. Könnte auch wechseln, dass einer links, einer rechts geht. Aber ist eigentlich egal. Ey, ist doof, wenn einer stirbt. Ja, okay. Oder meinst du nicht? Ja, doch, hast recht. Na, ich hab immer recht. Außer wenn ich mir denke, na, die Granate wird schon nicht explodieren. Ja, ich bin nicht sicher. Oh, da bist du ja tot. Ja, ich bin schon da. Ich kann unerwartet. Nein, ich knarre wegzeln. Hast du ein Dusel, du bist mir gerade vor einem Schuss reingelaufen. Oh, yeah. Ja, das ist das Geile an dem Molotow-Cocktails. Die können sie nicht zurückwerfen. Ja, ich würde mal versuchen. Mit der Schlachter in der Luftaufbahn. Ah, hast du was geschalten, sehr gut. Wow. Wow. Oh, das war nie Halsschlagader. Ja, die hab ich direkt pulsieren gesehen. Ich hab vor allem den einen mit abgestochen, den zweiten abgeschossen und den dritten nochmal abgemessert. Abgemessert. Ja, so ist es gut. Noch mal kurz unsere Genossen auf der anderen Seite ein bisschen unterstützen. Ja, einen Schuss abgegeben. Himmel, Arsch und Zwirn, stirbst du jetzt. Und, äh, du auch. Wow, hoppla, damals beide erwischte. Ja, der ist quasi so Durchschuss. Aber mancher noch für aufzuheulen, Mädchen, ey. Dass du besser hier begraben werden, als ein Russland von einem Panzerberon zu werden. Ja, auf dem Fall. Bam. So. Ja. 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 Ja, jetzt muss man hier dann kurz halten. Soweit ich mich noch erinnern. Ablut korrekt. Ja, das ist auch wieder Tontauben schießen hier. Ja, das schiegt aber so lange, dass irgendwas passiert. Ja. Ja. Das ist mit mir nervt. Ja. Geht schlimmer, wa? Ich meine, darauf beruhen manche Spiele komplett. Ah, ich weiß auch schon, was jetzt kommt, aber ich werde nichts sagen. Nein, nein, nein. Ja, Ratten. Na, wisst ihr, was kommt? Das kommt. Quasi die perfekte Welle. Ja, wir werden auch noch zu dürfen, ne? Jupp. Naja. Da werden wir das. Ah, was passiert mit Dimitri? Was passiert mit Dimitri? Ganz spannend, du. Naja. Ah, war eine coole Mission. Hat echt Bock gemacht. 26.000. Hm. 24.7. Und ich bin bei 37.1. Ah, 99.6. Oh, geil. Eh, nicht schlecht. Mau, ein Drittel Kopfschüsse. Nicht schlecht. Ja, aber immer noch keine Herausforderung geschafft. Schade. Ja, wir werden dann schaffen müssen. Äh, vielleicht mal so ein bisschen, äh, bisschen gucken, was wir noch brauchen und uns dementsprechend halt dann auch die Waffen aussuchen teilweise. Pistoliero, erledigen Sie ein oder andere Gegner mit Pistolen. Ja, das könnte man mal angehen. Naja. Ich brauche noch 45, damit ich halbautomatische Geradezugverschlussgewehre erledige. Geradezugverschlussgewehre. Schütze. Ja, da musst du die M1 Garant musst du nehmen. Das ist so eine Geradezugverschlussgewehr-Dings-Gedöns-Scheiß. Ja, mit den, äh, Banzai-Angreifern wird, glaube ich, nichts, ne? Nee, nee, glaube nicht. Nee, wobei, doch, es gibt, es gibt noch, noch eine Mission, äh, in, äh, im Pazifik. Ja, ja, gibt's noch. Ähm, Sollbruchstelle kommt noch und noch irgendwas anderes. Ohne, nee, ich glaube, ich verlassen, ich will nur zurück. Warte mal, ähm, Sollbruchstelle, genau, Hitze des Gefechts und Sollbruchstelle kommt noch. Mhm. Die beiden. Aber halt erst, äh, die nächsten Male. Ähm, hat mir mal wieder Spaß gemacht, war eine richtig coole Mission. Ja, sehe ich eh nicht. Ja, und, ja, die nächste wird auch geil. Und dann geht's langsam aufs Ende des Spiels zu. Also, insofern, hat mich gefreut, dass ihr mal wieder dabei wart. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und, äh, ich sag dann mal Tschüss. Ciao. Ja, bis dann. Tschüss.